Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu War of the Walkers neue Aufnahmesession. Der Spielekaiser ist im Keller und ich bin auf dem Dach. Boah, weißt du, dass ich im Keller bin? Achso. Hast du mir gesagt eben. Du weißt ja, wo mein Rechner steht. Genau. Nicht am Relive. Ich will mit Steuerung sprinten. Ich habe zu viel Minecraft gespielt. Ja, das ist aber... Oh, das bringt ja gar nichts. Cool, ich habe eine Stahlschaufel Level 1 abgegradet und habe das für ein Level abgekriegt. So dope ich mir das doch. Ja, wir sind... Wo waren wir denn beim letzten Mal? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Wir haben jetzt auf jeden Fall das Spiel auf dem Server liegen, damit Ruckler möglichst gering gehalten werden. Und wieso bin ich so langsam? Ja, komm doch mal runter. Ja, warte doch mal. Ich muss doch hier... Die machen hier Terror. Dann weißt du, wo wir waren. Ich habe das mit den Türen ausprobiert. Ähm, Konkretblöcke. Ich habe zwei Automaten in der Tasche. Die schmeiße ich erst mal hier rein. Ich komme runter. Bitte noch nicht aufbauen. Ja, es kam die Kommentare, dass es relativ eng geworden ist. Das finde ich, muss ich sagen, finde ich auch. Ich finde das durch diese Zwischenwände, die in dem mittleren Teil sind, finde ich das relativ... Ja, ob man die jetzt lässt oder nicht, kann man... Alter, wie schnell bin ich denn hier in den Keller runtergefallen? Mir war halt nur wichtig, dass du zum Beispiel gegenüber der Forge ist, wo du Zement machst, aber direkt die Dinger hast hier. Dass du dich da direkt umdrehen kannst. Zack, 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 damit du nicht erst... Ja, das macht ja absolut Sinn. Ah, hier war noch ein... Hier ist noch ein... Ich bringe mal den Rest mit, der hinten noch drin lag. Das kommt ja eh weg hier. Das kann man noch ein bisschen upgraden. Hier ist ja der Aufgang nach oben, der muss halt so fett sein. Ja, das ist in Ordnung zum Absichern, falls Sie da mal aufs Dach hochkommen und dann meinen, bei uns unten uns zu besuchen. Ja. So, mein Lieber. Gucken Sie mal, hallo. Guten Tag. Nimm mal dieses und baue es mal irgendwo ein. In deine Chest-Armor musst du das einbauen. Meine Chest-Armor? Die, wie ich sehe... Habe ich auch eine Armor? Wir haben noch gar keine. Ja, irgendwie... Ja. Ich habe in die Chest... Also ich muss es in die Chest-Armor machen. Ich kann es nicht in die Gloves oder so machen. Ja, ja, ja. Dann müsste ich mir erstmal eine anständige Chest-Armor machen. Ich mache mir meine Scrap-Chest-Armor. Ich weiß nicht, ob die irgendwas kann. Hm. Zur Aufnahmesession einen frischen Kaffee bekommen von der Ford. Läufe 1, verflucht. Entschuldigung. Ja, das ist so entgeht. Ich hatte es jetzt eng an Erinnerungen. Ja, das geht ja nicht. Ich glaube, auf der anderen Seite... Ja, das geht schon. Also es ist natürlich jetzt verwinkelter und weniger Platz, als wir es geplant hatten. Aber ich finde es eigentlich okay. Ja, von mir aus könnte man das auch größer bauen können. Jetzt werde ich merken... Ja gut, können wir immer noch... Wir haben ja Richtung Giga-Forge, hier haben wir ja noch Platz. Da muss ja alles unterhalten werden, ne? Was ist mit dieser Tanks-Forge los? Die brennt ja an allen Ecken und Enden. Ja, ja, die brennt dauernd. Ja, die hört doch nicht auf. Protection-Class. Wieso kannst du Chest-Armor herstellen in Level 2 mindestens? Willkommen im Kaiserreichen. Gibt es hier in der Mod nicht einen speziellen Tisch dafür? Äh, ja. Wenn du die spezielle Klassen-Quest fertig hast, ja? Die Protection-Class. Ja, aber sonst... Ah, hier, warte mal. Fabric-Armor. Chest. Metal-Armor. So, jetzt kann ich hoffentlich... Höre... Lass mich mal da rein, bitte. Nee, warte doch. Brauch einfach mal eine Scrap-Chest-Armor. Nee, beim das Größte ist das Scrap. Reicht. Das kann ich alles. Welches Level kommt da raus? Äh, warte... Chest-Armor... Da brauche ich... Was brauche ich? Zwei Klebeband bräuchte ich. Ja, warte mal. Ich bastel mir mal in. Ich habe keine Zwei-Klebeband. Chest. Da haben wir uns auch überhaupt nicht drum gekümmert, ne? Um Rüstung oder sowas in der Art. Nee, überhaupt noch nicht. Weil wir einfach zu übertrieben OP waren mit den Waffen, haben wir uns gedacht, brauchen wir nicht. Ja. Ach, guck mal hier, Level 5. Dann mache ich ja auch mal eine Chest-Armor Level 5. Das Scrap-Chest-Armor, das ist doch 100 Bär. Der Vorteil ist jetzt, ich merke... Achso, was... Aber genau, das kam als Kommentar und das fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Das sollte man uns mal überlegen. Dass wir den... Wir hätten Boden abdecken sollen, für meinen Geschmack. Boden abdecken? Ja, also dass wir nicht auf dem Bedrock bauen, sondern eine Schicht Beton dazwischen haben. Einfach nur wegen der Optik, dass man das auch anpinseln kann und so Sachen. Ich mag die Bedrock-Abdecken. Äh, ich glaube nicht, ne. Hier. Da kannst du das Ding jetzt reintun. Und dann... Oh, Modify. Und das macht... Was macht der? Reload-Faster. Ah. 30 Prozent, das ist ordentlich. Das ist echt ordentlich, ja. Äh... Check, 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 check. So, irgendwo habe ich meine... Wo soll ich denn... Wo soll ich denn fertig? Meine AK ist weg. Irgendwie, äh... ist hier der Inventarklauer rumgegangen, habe ich das Gefühl. Ne, gut, wir haben ja umsortiert hart. Das brauche ich. Semi brauche ich nicht. Scrap Plating. Kann man auch mal herstellen. Ja, das ist jetzt vor allem geil, aber wichtig mal mit den, ähm... Äh... Schematiken dazu machen. Was brauche ich denn da? Zehn Springs. Okay, aber die hatte ich doch. Also ich habe tausendswundert, habe ich von dem Portland-Zement dabei. Okay. Der muss ja noch zu dem Concrete-Mix verarbeitet werden, ne, meine ich, oder? War das nicht so? Äh... Zum Portland-Concrete-Mix, ja. Genau. Und wenn wir jetzt auf Recipe gehen, genau, was brauchen wir denn da? Geil. Ich bräuchte Stein und Sand. Haben wir irgendwo Stein und Sand? Ja, ja. Wir müssen sicher hier gegenüber befinden, ne? In den Kisten oben. Da ist Sand, da ist Steine. Spring. Spring ist mein Land. Dann würde ich sagen, teile ich mal das, was ich habe, auf. Dass das zwei oder drei Mixer machen, oder? Import-Zement. Ja, kannst du auch alle machen. Oder ich mache auch vier. Konnte man nicht teilen mit Rechtsklick? Doch. Ich mache es auf vier. Dann sind vier Dinger beschäftigt. So, ich werde gleich viel Benzin brauchen. Weitere Red-Concrete-Blöcke. Und ich will dann mal oben langsam anfangen zu bauen. Ja, die Rampen müssen wir bauen, genau. So, jetzt kann ich das hier. Wie kann ich denn nur ein Teil verarbeiten lassen? Am besten, indem ich erstmal die Materialien aufteile. Und so. So. Was haben wir denn noch an Spielzeug hier? Extended Barrel wäre geil. Quatsch. Shook and Shook. Nee, 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 nee. Water-Purifier. Also Break. Das ist doch lustig. Ah, Barrick Standard ist es. Rezepte brauche ich Öl. Öl müssen wir da haben wie Sandermeer, oder nicht? Ja. Öl? Wo ist es denn? Wo ist eine gute Frage, aber... Wir hatten mal welches, ne? Ich hab ne... Ich hab ne... Ich hab ne Dings freigeschaltet, ne Rungscha freigeschaltet. Nie... Nearly Immortal. Aha. Ich hab ja diese Perks in Seven Days to Die, hab ich ja kaum welche. Übrigens, wir können die Rebar-Frames mit Dings direkt zu Stahl aufwerten, ne? Okay. Wenn du ihn jetzt bauen willst, könnte ich dir jetzt meine Rebar-Frames geben und du kannst ihn mit dem Zement vollfüllen. Oh, ja. Das kam nochmal als Feedback. Die Frage ist halt, ob das mehr aushält als Wett-Concrete-Block. Ja, das ist einfach die nächste Stufe. Wie als ob du jetzt den Wett-Concrete-Block nochmal aufwertest, ist genau die gleiche, als ob du den direkt füllst. Okay. Macht also beim Zerstört-Werden keinen Unterschied, ja? Ja, ja, ja. Das ist ja nur die Stufe. Also das Ergebnis ist ja das gleiche, nur dass du beim Wett-Concrete-Block in Verbindung mit, äh, ähm, wie heißt das, äh, Portland, ich denke mal, bei Portland denke ich immer an irgendein Whisky oder sowas, oder? Das klingt doch irgendwie wie eine Weinsorte. Das ist eine gute Portland-Concrete-Block. Barrel-Extender, jawohl, komm her, Baby. Geht der? Wo ist er denn da? Boah. So, jetzt hab ich die geilste Desert-Igel auf der Welt, ey. Voll gemoddet. Ja, und ich? Tschuk, 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 tschuk. Ja, ich lass hier grad noch ein paar Mods durchlaufen. Und ich? Und ich? Hast du denn eine Desert-Igel? Nein, ich hab nicht mal einen Diegel, ich hab doch nur einen Bogen. Ach, ich stände da los. Ja, ich werd ja hier immer gemobbt. Was? Was das angeht. Natürlich gemobbt. Natürlich gemobbt. Wo haben wir denn Essen? Ich kenn mich überhaupt nicht mehr aus. Das war, glaub ich, hier in den Ecken, ne? Hier die, äh, rechten. Da in den Ecken. Die rechten beiden. Ganz rechts haben wir Getränke. Hier haben wir Fleisch. Und jetzt ist schon wieder alles voll. Können wir da nicht? Vielleicht Medizin? Ach so, die anderen Kisten sind auch voll mit Schüssel, den wir gar nicht brauchen. Pass auf, dann mach ich jetzt die zweite von rechts. Hier ist noch viel Gerusel, ja. Meine AK ist weg. Wo ist meine AK? Ist hier im Auto? Äh, im Moped? Ja, Entschuldigung, bitte. Du hast mir nie zu. In die zweite von rechts mach ich jetzt hier, hab ich jetzt diese Rebar-Frames mit reingelegt. Okay. Ach guck mal, da oben sind auch noch Tungsten-Block-Frame. Gibt's auch noch, ne? Äh, ja. Ja, da kannst du nachher Tungsten-Plating machen. Wieso haben wir noch so viel? Ach so, da haben wir auch hin und her gemüllt, ne? Ein wenig. Hm. Wo ist meine AK? So, pass auf, was ich jetzt machen werde, ist, in die Kiste, wo die Getränke drin sind, die brauchen wir auf jeden Fall nicht zu viel, werde ich medizinische Sachen reinmachen. Okay. Weißt du, so Bloodpack, Pillen, alles was so Medizin und Tabletten angeht. Ja. Ey, Zombie auf dem Dach. Woher kommen die denn? Wo? Auf welchem Dach? Ja, hier, über uns. Direkt über uns sind Zombies auf dem Dach. Ja, wahrscheinlich, weil... Warte mal, sind sie Land-Lane-Blocks noch da? Äh, wenn, dann müssten wir hier ein Ding ins Hinsetzen. Kann es sein, dass der Land-Claim-Block nicht, ähm... Nee, der Schlafsack ist es, der das Spawn verhindert normalerweise. Puh. Nein, der Schlafsack, nein, nein, das Land-Claim-Block verhindert den Spawn. Das wurde geändert. Echt? Ja. Der Land-Claim-Block, wenn der nicht aktiv ist, es kann jetzt... Wir haben ja umkopiert auf den Server und, ähm... Es kann jetzt sein, dass das das Problem ist. Ah. Dass er das irgendwie umgesetzt hat. Das ist mein AK. Hab ich vertickt, oder was? Hier ist noch Tanksten. Was Tanksten, ne? Was Tanksten, genau. So, boah. Boah. Verbleibt. Nee, ich hab keine AK mehr hier. Verfluchte Axt. Oh, Mann, die Karren sind noch voller Zeug. Ah, das ist gut, da können wir Breast draus machen. Am besten alles in der Müllkiste und dann raus. Also was aus der Müllkiste dann... Ja, ich will erst mal mal AK finden. Das nervt mich ratierisch. Der ist bestimmt verschenkt. Ja, ich hab da entweder gescrappt oder... Ein bisschen mehr in der Tasche. Ein bisschen dürftiger. Bitte. Kann ich nicht meine Brust... Nee, die da ist, kann ich nicht in meine Brust... Schutz reinmachen, ne? Nö, weiß ich nicht. Theorie schon. Nur Kisten, aber die sind leer, okay. So, wo hat man ein Moped-Kram rein? Ich weiß über Werkzeuge, Waffen, Munition, Baumaterial. Wo hat man ein Moped oder Auto hier, da? Oh, ich war da dicht hier. So, dann gucken wir mal, was hier mit dem Dings ist. Wieso haben wir eigentlich nur so wenig von dem Portland-Mix? Weil der scheiße lange dauert. Wo? Also 2000 habe ich jetzt. Das heißt, wir müssten noch Portland-Zement erst mal machen. Das machen wir auch in dem Mixer. Nee, machen wir nicht im Mixer. Nee, den machst du in den Forges. Ach, den brennst du ein, genau. Haben wir denn hier... Hier steht ja auch Zement, 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 Portland. Da. Naja, gut. So, Waffen. Ich, ähm... Haben wir die... Haben wir noch keine Waffen-Workbench? Äh, Gunsmithing Workstation. Gunsmithing Workstation. Forge the electrical parts. Und eine Batterie. Gut, da soll der gehen. Äh... So, damit 2000 Portland. Wir brauchen Sand. Ja, da kannst du kleine Steine in den Mixern klein häckseln. Hier ist auch noch ein Concrete Mix. Jetzt haben wir 5300 Portland-Mix. Wo haben wir denn Batterien? Dann mach ich jetzt auf dem rechten... Mach ich jetzt Sand. Ja, Sapperlot. Da. Yeah. Äh... So. Gunsmithing... Mir fehlt das Rezept. Verfluchte Axt. Marx, mein Klasse. Habe ich die fertig oder habe ich die nicht? Gather Marx, mein Klassfragment. Okay. 5 Stück. Bilder, Cook, Electrical... Marx, mein Klasse. Rezepte, zack, boom. Fertig. So, und jetzt eben schnell die... Gunsmithing Workstation. Kann ich immer noch nicht, weil... Weil? Ah, ich muss den Perk noch lernen, was jetzt... Ähm... Da, 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 da... Da, 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 da... Ne, wo? Replication... Blurry... Oil Pump... Na komm, wo bist du? Da ist sie. So, ah... Okay, so, das haben wir, das haben wir, das muss ich nur noch... Schmeiß ich die schon mal an. Also ich hätte jetzt schon mal 5300, das heißt, wir könnten draußen aufwerten gehen. Also wenn du baust, aus Rampen oder Frames oder Wet Concrete oder was auch immer, könnte ich aufwerten. Wet Concrete, ähm... Wo brauchen wir denn die Bilders hier, ne? Wet Concrete Block, ähm... Dann geh ich jetzt mal rüber und... Ne Quatsch, hier ist unsere Rampe, ne? Wir können auch hier raus. Kannst du hier raus, ja. So, jetzt muss ich eben den Perk lernen, dass ich auch gute Sachen herstelle. Ach, das ist ja hier durch. Da. Äh, genau. Hier wird draußen, es regnet, ne? Wir sind nämlich im Schacht, es ist total neblig. Oh, Master. Also, haben wir einen Homestore gesetzt hier irgendwie? Äh, hier war mal einer, aber irgendwie habe ich das auch im Solospiel, dass der nach und nach nach jedem Einloggen wieder decayt. Also, dass der irgendwann einfach weg ist. Aber... Ähm... Ich mach mal einen Landclaim, ich crafte mal einen. Ja, ich auch. Das sind zwei. Ja, ich glaube, ich habe es auf mehreren gesetzt. Hoffe ich mal. So, ich setze den jetzt einfach hier oben, klatsche ich den oben auf die... Oder an das, an diesen, was du da gebaut hast, weißt du? Mach mal. Versuch mal, ob das geht. Oder ich setze auf den Boden, auf den Boden geht der auch. Kann ich nicht. Ich konnte. Ja, dann komm du mal hoch. Dann hast du wahrscheinlich den ersten gesetzt. Ich habe mich unten in die Ecke gesetzt einfach jetzt. Ah, du hast schon gesetzt. Okay, dann würde ich ja gut. Aber erst nachdem du gesagt hast, du kannst nicht setzen. Hm. Dann sitzt hier noch der andere von drüben oder saß. Aber das ist nur der Schlafsack, verstehe ich nicht. Egal. Jetzt dürfen keine Zombies auf jeden Fall mal kommen. Was machen wir hier innen drin? Machen wir das zu, was hier innen drin ist? Was meinst du mit innen drin? Das Gebäude hier, diesen Würfel. Da ist ja innen, haben wir ja schon mal angefangen zu setzen. Wir können ja noch in den Raum hier rein. Der ist zwar schon doppelt gesetzt, aber... Ja, da würde ich gerne... ...den Generator reinbauen. Also wir können noch ein paar Wände ziehen, aber ich würde erst gerne hier Elektrik verlegen. Die Automaten und so, da kann alles weg. Ne, der Automaten... Ne, den Automaten kannst du nur kaputt schießen, weil der... ...der Strom... Geht der überhaupt kaputt? Ganz langsam. Mal versuchen. Zack. Auf geht. Ja, lassen wir mal erst mal so. Mal gleich mal die Wand hier. Ja, ich muss eh noch ein paar Löcher bauen. Da brauche ich Stahl. Ach genau, ich hätte ja Crucibels gemacht. Für... Dich nicht. Für dich. Da ist Crucible drin. Sehr gut. Hast du zu viel noch Scrap-Alon einstecken? Forged Steel? Ähm... Ja. Weil ich muss die Wand rübernehmen, bevor ich die aufhören kann. So, drei Minuten braucht die noch. Okay. Kann ich jetzt aber nur Level 5 machen, weil... Oh! Ah, 200. Aus den Deckenlampen, ne? Diese nicht intakten, die aussehen wie so eine etwas breitere Neonröhre. Ja. Kriegst du ordentlich auch Scrap-Polymer raus. Ja. Die dreckigen Deckenlampen. 800 Minuten Benzin in einer Dienz hier. Das haben wir. 800 Minuten, was? Ähm... Brenndauer in der Dingens Forge hier. In der Tanksen Forge. Ja, genau. Danke. Mein Gott. Bordfindungsschwierigkeiten. Hier können wir ja schön die Automaten hinstellen, oder? Ne, der Scrap-Alon kann nicht passen. Das muss so anders sein. Wo bist du unten? Ich bin unten, ja. Die. Kam übrigens Kommentar, dass man sich sowieso nicht die Beine bricht mit unserer Ausgelung. Ja. Ob da jetzt ein Wood... äh, was da in einem... Hab ich doch gesagt. Von dem Portland? Ja. Was haben wir denn hier noch an... Oh Mann, ey. Bankerbuster. Da... Plating-Geschichten. Schatzkisten. Rotten-Spring-Replacement ist gut. War das mit dem? Nein! 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 Was passiert? Äh, ich hab nur fast was gescrappt. Puh. Increases Recoil. Okay, du ballerst einfach schneller. Du wirst ja was, ich baue dann einfach mal. Äh, 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 äh. Weil die, die, äh, Modifikationen, die sind echt gut. Und das ist teilweise richtig geile Sachen. Ach genau, das wollte ich mir nur anlegen. Und, ähm... Da kann ich nicht mehr. Was haben wir denn für Schuhe? Ei! Scrap Boots. Guck mal, wir haben irgendwas hier. Äh, dädädädädä. Okay. Trinken. Ich stell uns grad ein paar Mods her und, ähm, die... Waffen... Stationen, 30 Sekunden noch, dann kann ich uns schöne Waffen... ...bauen. Das ist sehr gut. Also, ähm, hier läuft jetzt für 25 Minuten und für 20, 24 Stunden. Also hier lauft jeweils fast eine halbe Stunde läuft hier, äh, Zement durch. Okay. Und ich habe jetzt über 6000. Ja. Also ich denke mal, wenn das durch ist... Äh, schon ordentlich. Wird da ordentlich was rumkommen, genau. Ich scrap mal diese ganzen Low-Level-Waffen hier. So, was ist mit der Station? Yeah, der ist sie. Die Gunnar Schmitting... Die Gunnar Schmitting. Oh, Calipers und Tool-and-Dye-Set. Okay, Acker 47, was brauchen wir denn? Tool-and-Dye-Set, je. Ähm, das ist doch... Okay, die macht 32 Minuten, die andere macht 25 Minuten, macht die, äh, die ersten beiden. Ah, das ist die jetzt. Wo ist denn unser Tool-and-Dye-Set? Irgendwo? Was ist denn das für ein süßer Amboss da hervor? Was ist denn da? Das ist ja Feinwerkzeug. Kannst du das Schmuck herstellen oder was? Mhm. Das ist ja geil. Wo ist unser Tool-and-Dye-Set? Das ist ja niedlich. Tool-and-Dye habe ich doch mitgebracht letztens, oder? Hast du so eine Täsche? Müsste in der... Ach, warte mal. Hier in der Ammo. In der Ammo-Workstation war es. So nah war ich dir noch nie, Herr Kaiser. Irgendwie ist das gerade ein komisches Gefühl. Ich glaube, ich stehe so ein bisschen in dir drin. Ich kann mich durch deine Klamotten durchgucken. Es ist hier deine Achsel und... Ja, Gott sei Dank sind es nur die Achseln. Warte, also boah. Also boah schon, also das ist ja schon ordentlich. Das ist schon Achseln, wa? Hast du noch zwei Scrap-Poli in der Tasche, die du mir schmeißen könntest? Ja, hier, hier. Da warst du wieder im Screenshot-Modus, ne? Ja, ich war im Screenshot-Modus, es tut mir leid. Scrap-Poli, hier. Danke. Ich wollte doch kurz hier mal diese tolle... Das sieht echt geil aus. Also es sieht aus wie eine... Wie Minen von Moria, ne? Ja, irgendwie so ein... Du müsstest noch mal ein Stück... Jetzt kann ich, genau. Ich wollte nämlich einen Screenshot machen, der... Nein. Was ist denn hier los? Es sieht schon cool aus. Warum wird es nicht gebrannt? Es sieht eher aus wie so ein Maya-Opfer-Tempel oder so ein Kram. Weißt du, was ich meine? Es hat irgendwie nicht unbedingt die Anmutung einer besonderen... Was ist das jetzt für eine Schmiede oder was? Da machst du Waffen. Dräne. Damit kannst du machen Waffen. Das ist ja aber ein komisches Ding, oder? Ja. Du hast zwei AKs. Du bist ja krass. Du bist ja viel weiter ich als ich. Hast du zufällig fünf Duck-Tape für mich? Ja klar, warte mal hier. Oh, sieben Stück nur noch. Okay, nimm mal eine sieben. Dankeschön. Aber ich habe Knochen. Ich kann noch mal Kleber machen, wenn wir noch Wasser haben. Floss-Fragment bräuchte ich jetzt. Wo haben wir denn ich... Wasser. Wo haben wir denn Wasser? Gar nicht, ne? Wir wollten doch mal 8000 Gläser machen, damit wir Wasser machen können. Was? Ich muss 50 Bandagen machen? Ja. Maras, hast du irgendwo Wasser? Oder leere Gläser? Ganz rechts, ganz rechts. In der ganz rechten Kiste hier, bei den Feuern, wo sowas essen ist. Nö. Hast du noch Stoff? Hast du noch Stoff? Ja, doch, hier noch 100. Ah, leere Gläser, 500. Sauber, ich hole mal im Wasser. Aber Bandagen, da brauche ich ja auch wieder Stoff. Ja, ja. Ich brauche 47. Und dann brauche ich wieder Stoff, weil das wieder nicht reicht. Achso, aber zählst du ich. Und Aloe-Creme 25. 5. Aloe-Creme. Aloe. Wir sollten mal... Der Survivalist. Oh man. Da kriegen wir denn Aloe-Creme her. Eine Wüste haben wir nicht in der Nähe gehabt, oder? Oh nein. Ja, doch, doch. Meine Map ist überhaupt nicht mehr existent, seit wir es auf den Server geschoben haben. Wie? Wenn ich rauscolle auf der Map, sehe ich nichts. Achso, okay. Bei mir schon. Wie konnte das dann passieren? Das kann ich dir nicht sagen. Oh, da geht es bestimmt nicht lang. Das verstehe ich nicht. So, baust du, dann würde ich aufwerten. Äh, ich hole mal eben Wasser. Äh, wir brauchen Ducktape. Aber ich habe mal eine riesige Wasser. Wieso Wasser? Moment, wieso Wasser? Wir haben noch hier Schnee drin. Ja, ich habe 500 Gläser in der Tasche, dann mache ich mal eben, das geht schneller. Zack. Ja, oder so. Äh, wir haben mehr als 500 Gläser. 700 ein paar zerquetschte. Habe ich eigentlich Durst? Ich habe Durst, ne? Damit spare ich mir einen Schritt. Ja, das stimmt. Das ist hauptsächlich recht. Jetzt habe ich 768 Bottled Murky Water. Und es starb ein Hase. Draußen, hast du gehört, oder wie? Mhm. Ja, aber die neue Forge sieht echt gut aus. Diese, diese, die Waffenbergbank sieht echt gut aus. Ganz mit denen. Oh, da ist ja eine Akea fertig geworden. Level? Fünf. Super. Hat geklappt. Die lasse ich jetzt aber auch mal drin liegen in der, in der Forge. Ja. Weil die wollen wir ja noch modden, ne? Achso, ja, die kannst du ja auch. In dein Inventar am Modden. Sieht so aus, hast du schon wet, wet concrete Glöcke gemacht? Ja, ja, ich habe ein paar. Ich komme ihm runter, schmeiß mal Kleber an. Okay. Hui. Dann können wir ja hochgehen und bauen, oder? Ja, vielleicht eher morgen. Wieso? Halb neun. Das stimmt. Wollen wir mal in die Nacht durch? Wollen wir eine Nacht bauen, oder machen wir einen Karten? Äh, nachts bauen wir lustig. Können wir machen, natürlich. Klar. Aber das ist ja stressig, oder? Ja. Wobei, wir sollten die Zeit nicht verlieren, ne? Ich beschütze dich. Da ist meine AK. Modify. So, alles rein. Byport. Krippel M. Das, das. Hast du das schon hergestellt? Zwischendurch? Was denn? Die Sachen für die AK. Die Mods. Ja, ja. Ein paar. Die ich konnte. Machst du mir auch eine? Ja, ja. Freilich. Freilich. Ich bin dabei. Sehr gut. Mal schauen. Ich hab da noch einen Silencer. Und oben haben wir so viele, ähm, Dingsbombs hier. Vorlagen. Müssen wir bei Gelegenheit alle runterholen. Aber das ist gut. Das passt bei einem Scope. Und da passt ein Vierfach drauf. Wo ist das Vierfach? Da brauche ich Glas für. Das fehlt mir jetzt. Broken Glass. Walking on, walking on, broken glass. So take, this broken glass. Haben wir kein kaputtes Glas irgendwie? Da Scheibe, die kann ich zerkloppeln. Äh, ne, ich hab auch nichts mehr anstecken. Wenn du hier, ach doch hier, da liegt alles. Alles klar. So, Vierfachscope. Einmal. Zweimal. Dann würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Hashtag Beton. Beton. Wir haben sehr viel, äh, Beton hergestellt. Und, äh, bis zur nächsten Folge von War of the Walkers. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.